Was fehlt mir denn noch? Hier ist ein Ohr mit drin, was hier nicht reingehört. Also Eisen. Nee, das habe ich extra da reingelegt, weil das Cinnabar Ohr ist, den musst du anders behandeln. Okay, Query haben wir. Dann baue ich jetzt noch ein Redstone Furnace und dann sind wir soweit, dass wir richtig loslegen können hier und so. Redstone Furnace läuft doch nicht. Der läuft noch nicht, ohne dass du im Netto warst. Der läuft nur mit Liquid Redstone. Das heißt, du brauchst einen Fluid Transposer. Das ist das, was ich gerade bauen wollte. Ein normaler Redstone Furnace läuft nicht mit normalen. Achso, Redstone Furnace. Entschuldigung, ich fahre auf Redstone Generator aus. Mein Fehler und so. Was ist der Unterschied? Der Redstone Furnace ist das, was wir schon stehen haben, der die Sachen brennt mit Energie. Genau, ich wollte nämlich gerade sagen. Es sei denn, die haben, ja, das Rezept hat sich plötzlich geändert. Kann ja auch sein. Nee, 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 nee. Ich suche jetzt gerade noch mal ein bisschen Kohle. Okay, Obsidian, wo kriege ich jetzt Obsidian her? Thomas, wenn du nichts dagegen hast, dann bitte jetzt über den, ähm, über den Redstone Furnace die Sachen backen. Dann können wir nämlich hier uns die ganze Kohle sparen. Ich finde das so geil, die Fledermoske keinen Fall schaden. Mhm. Erstmal ein bisschen Monster-Jerky. Ich könnte noch ein paar Zombie-Hörner gebrauchen. Aha. Man kann die Gehörnern genug anhaben. Hast du zufälligerweise, ähm, ah, ja, hast du. Was hab ich? Was? Nee, hast du gerade eingepackt. Genau das brauchte ich gerade. So, wo bin ich vorhin gestorben? Ja, geh ich jetzt hin, das Lava. Denk halt an alles. Mhm, ich merk das schon. So gütig. Was sagt denn unsere Tintenfischfarm? Ja. Ziemlich leer, wahrscheinlich noch nichts gespawnt, oder? Also, pass ins Upp. Ah, ich glaub, die steht da ein bisschen ungünstig, aber was will man machen? Bei Kisten? Natürlich ist hier ein Haufen mit. Damit wir das Ganze nämlich etwas vereinfachen können. Zack, einmal, zweimal. So, jetzt brauchst du nur noch die Ohrs oben in die rechte Kiste reinhauen. Alles, was fertig gebrannt ist, hängt dann in der linken Kiste. Was hältst du davon? Ist das eine Idee? Na gut. Oh, haben sie sich aber schön eingebaut. Hat sich eingebaut? Ja, ihr, ich wollte mal bei euch nachschauen. Oh, ihr habt ja wirklich schon eine Leadstone als Zwischenspeicher. Mhm, natürlich. Na ja, wir, ähm, also ich muss sagen, ich hab den Zwischenspeicher bei uns erstmal weggelassen. Was? Einfach aus dem Grund, äh, ich tu immer bloß so viel rein, wie wir gerade wirklich brauchen. Ja, es ist aber angenehm so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Hm? So, das heißt. Was gibt's noch für Büschleins? Büsch, büsch, büsch? Büschleins? Mähloberry, was ist denn eine Mähloberry? Ich bin grad irgendwie befragt. Ja, kommt ja sowieso dann nachher alles in eine Dunkelkammer. Mach uns, mach uns ein Feuerzeug. Okay. Ähm. Jetzt komm ich nicht aus der Brühe raus, ich raste gleich komplett. Ich hab gerade ohne Feuerzeug. Halt die Schnauze. Also, das heißt, wir werden dann noch mal... Ich hab noch nie was Böses mit einem Feuerzeug angestellt. Noch nie in meinem Leben. Äh, Generator. Ich habe natürlich die Selektion der Natur betrieben, das ist alles. Was haben wir denn zufälligerweise? Ja, haben wir. Ganz natürlich. Ach, du bist grad ne Spitzhack am Bau. Darf ich? Bist du fertig? Ja, du darfst. Vicky, wir haben ein Flint in Stil. Oder auch Feuerzeug genannt. Ja, ich nämlich jetzt gerade aktuell nicht in der Aufnahme bin. Ich habe schon fünf Obsidieren. Werde ich nämlich jetzt gleich mal hergehen. Du bist nicht aktiv in der Aufnahme, aber du bist mal nicht aktiv in der Aufnahme heute. Aktiv? Aktiv, inaktiv. Oder sowieso. Aktiv, aktiviert, Abführkräfte. Puh, naja, bei denen. Abführkräfte? Abführkräfte. Abführkräfte. Nicht mal aktiv, aktiviert, Frankreich, Abwehrkräfte. Ja, das wird ja jetzt schon wieder, schon wieder auf die Augen, Franzosen. Wir haben es verdient. Regel Nummer zwei. Was? Es ist falsch, Franzose das ist Regel Nummer eins. Bei dir vielleicht. Ich wollte grad sagen, ich hab doch hier noch Raspelbüschel hier. Nein. Da haben wir Eisen. Da ist es die zwei. Bereite dann schon mal direkt für die Query die Stromversorgung vor. Okay. Obsidian kommt. Oh nein, wir brauchen Goldingots. Nein. Okay, dann gehst du nochmal holen. Du warst, glaub ich, ein bisschen was hattest du doch, glaub ich, schon da, ne? Ähm, das hab ich alles schon pulverisiert, beziehungsweise gebrannt alles. Das ist... Wenn das so D ist, dann ist es... Ja, das, das kommt gerade. Ne, das passt, das passt. Hey, cool, wir haben ja einen Durchgang direkt zur Quary. Oh, ja. Haben wir, ja. Das heißt, ich brauch ein paar Koppels. Wo denn? Ähm, der ist direkt links von uns. Also, wenn du rauskommst, rechts, kannst du ja direkt durchgehen. Achso, ja. Ähm, drei Vornazen brauchen wir. Okay, ich setz jetzt hier was hin. Ich mach das gar nicht, deswegen muss ich jetzt hier hin. Ah, okay. Ist gelähmt. Ähm, Block of Iron. Ich muss nur schnell kurz Platz schaffen hier. So, dann hol ich mir mal noch eine Spitzhacke. Rätest du ne? Das ist jetzt so bescheuert, ey. Ähm, hast du alle Spitzhacken gemacht? Ähm, nein. Eigentlich müssten da noch irgendwelche sein. Wir brauchen aber noch ein paar Leadstone. Andererseits, ich verbaut auch ziemlich viele, ja. Eine habe ich gefunden, okay. Geht's so. Ähm, Feuerzeug brauchen wir. Bone, 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 Bone. Achso. Das nehmen wir mal mit. Besser ist besser. Ein Eimer. Einmal bringt mir jetzt eigentlich nicht viel. Block of Kohlen müssen wir auch nicht unbedingt mitnehmen. Dirt kommt da hin. Torches kommt da hin. Okay, das haben wir auch. Ja, ich muss dann auch noch mal aufräumen im Inventor bevor wir das ziehen. Ich möchte nicht dir einen Scheißdreck mitnehmen. Ah, das ist sehr vernünftig. Ich nehme mal noch ein Stack, Cobblestones mit. Ich nehme einfach nen Scheiß Schwert und ne Scheiß Hacke mit. Ähm, wie war denn jetzt die Leadstone Energie? Achso, so war dat. Wo ist der Obsidian hin da? Opsi, 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 Opsi. Das ist zu klein. Wie, das ist zu klein? Stimmt, da fehlt eine Höhe, oder? Ja, ne? Oh, da muss ich nochmal runtergehen. Oh, scheiße. Stimmt, da war irgendwas. Das ist ja nicht das, nicht das Problem. Dann brauchen wir noch Landmarks. Da kann ich nebenbei mal Inventar mal gefunden. Oh ja, haben wir. Okay. Hast du gefunden? Ich hab noch 17 Eisen in nem Ofen gefunden. Läuf bei uns. Team Selbstüberraschung mit Kompetenz hat gewonnen. Wollte ich sagen. Mundfähig, hat mal Glück. Ne, ne, das ist einfach Selbstüberraschung. Hier oben ist ein Gold-Flock. Rubble. Ach ne, ich wollt ja keinen. Hat der ein Fragezeichen? Nein. Gold-Ohr halt. Achso. Oh, Landmarken war auf. Das waren acht Stücke, wir haben sie nicht mitgenommen. Echt? Ja, kann passieren und so, ne? Naja, läuft. Ähm. So, okay, ich wandle mich schnell zurück, da geht's schnell packen. Ähm. Was heißt? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Skelett in gelbe Rüstung? Harry, einmal. Das fickt mich. Das ist nicht. Ich hab acht Gold, Daniel. Das geht nicht. Mach's weg. Ich bin gar nicht da. Wo bist du? Ganz unten. Okay, das heißt, wir brauchen noch ne Gold-Pipe. Boah, du kleines Arschloch. Gib mir deine Rüstung komplett, du. Ähm. Kriegst du es? Jo, es ist Mousse. Hast du noch Futter? Oh, jetzt muss ich wieder anfangen, den scheiß Block hier abzumachen. Der war ganz knapp, so ein Kaputtgenil. Was war dat? Hört sich nach Schnarchen an. Boah. Schnarchiges Schnaupen war das. Ach, vom. Kann das auch mal sein. So, das, das und das. Erstmal noch so zwei Rasberries, dann sind wir wieder voll. So, hab ich jetzt zwei hier. So, dann geht's. Liebe Leute, ich geh mal, ich geh mal auf Zombie-Jagd. Ich geh mal auf Zombie-Jagd. Ich geh mal auf Zombie-Jagd. Genau. Bist du grad so langweilig? Ne, wir brauchen Futter. Brot. Brot für die Welt. Was ist mit Tee? Ja, können wir auch machen. Kann man machen. Zuckerei. Zuckerei? Ich bin für Zuckerei. Ah, Thomas, übrigens, werde ich morgen wahrscheinlich bis sie es machen. Oh, ne? Ja, hast du ein bisschen... Ja, du hast mir schon an dem Abend auf die Idee gebracht. So, dann mach ich mal eben den Kellner fertig. Und ich hab mir jetzt mal ein bisschen organisiert und so und kann jetzt... Ja, gut. Also, du hast ja jetzt vor kurzem auch welche gemacht gehabt. Ja. Irgendwie einen kleinen Tipp oder so, auf was ich achten sollte, weil du hast ja gesagt, deine waren innen drin noch ein bisschen weich. Mach die Klecks, sind die zu groß. Mach die vielleicht so dreimal drei Zentimeter maximal, aber schön flach. Sonst, du musst, sag mal so 60 Grad in den Ofen, zwei Stunden. 60 Grad nur? Ja. Die soll ja trocknen. Die See trocknet ja, die backen die. Mhm. Und, äh, was noch? Ähm, erst das Ei steif schlagen. Ja, das ist klar. Oh, du kleines Arschloch. Mach die hier. Da empfehle ich dir Puderzucker, der löst sich schneller auf. Hm, das ist so. Kann man jemanden schlafen gehen, bitte? Äh, ich war grad am Monster jagen, aber ja, ich kann schlafen gehen. Ach so, ja, dann jag mal ja die Viecher. Ich komm mir grad nicht zum Obsegen abbauen. Warum jagst die Viecher? Äh, die Viecher sind trotzdem da, auch wenn's Tag ist. Ach so, du bist ja draußen bei uns, oder was? Ja, ja. Ich kann das Tor nicht umbauen, weil diese Wichsviecher mich von allen Seiten angreifen. Ich bin im Bett. Ich bin im Bett. Vielen Dank.